Anne, Baba, heute kommt meine Freundin nach Hause. Was für Freundin, Olam? Anne, ihr habt doch letztens richtig lang geredet, weißt du nicht mehr? Ah, Aisha, ihr meint die Lara. Von wo weißt du noch, wie sie heißt? Äh, Olam, wo schläft sie denn? Sie schläft bei mir im Zimmer. Tö, Bismillah, Olam, was machen im Zimmer? Ja, schlafen, was denn sonst? Nein, Olam, sie schlafen bei mir. Ach, Pismurrat, Allah, bella, du wirst sie. What the fuck, was übertreibt die beide? Olam, ruf sie an und sag, was wollt ihr mir heute Nacht machen? Warte, ruf. Wieso, Baba? Ruf an, nein. Hey, Dilara, was wollt ihr mir heute Nacht machen? Daddy, wir machen doch Säen. Alam, Aisha, bin ruhig, machin saklis insini. Lass mich mal gelene. Baba, vallaha, ich kann seklan. Bu konie hier, ein bisschen, ne olursun. Allaah. Oh. Annen, ist...